Jetzt geht's weiter. Stimmt ja, Vox. Mein Geist ist nun frei. Ach Gott, Junge. Harmonie tritt nun ein. Ja. Was war das? Wir müssen uns wirklich hier... ...uneride Rüstung. Ich hab vollständig... ...und die Bomben. Ich hör jemanden. Wuschel! Ich wuschel, du musst mir zuhören. Die Dämonen sind frei. Ja, ich weiß. Hörst du das? Es ist die Dämonenmutter. Sie singt. Das hab ich schon mal gehört. In der Büchse. Wuschel, was ist denn? Oh, das meinst du? Oh! Wurschel! Ei, Leute! Sein neues Wurschel hat... Wurschel... Oha! Oha! Leute, ab Anfang Oktober wird Wurschel versendet. Ich hab auch mit dir ein Wurschel Blühstil gemacht für euch hier. So schaut das aus. Mega knudlig. Guck mal die Augen an, Leute. Weil das nicht das guttigste Blühstil der Welt ist. Und so ein richtig cooler Körper. Kannst du da sitzen? Wurschel, jetzt bist du doch du! Ei, Leute. Erschau dir mal ab zum Twitter. Shop.kaufmitte.com Ab heute zum Vorbestellten im Shop hier. Nur 999... Ich bin ein Ehrenmann. Ich guck die Folge. Anfang bis Ende durch. Das Ganze, dass die wirklich schon in einer Woche ausgekauft sind. Oder weniger sogar, ja? Bestellt euch voll im Shop hier. Und die Blühstilte sind noch offiziell wieder im Shop erhältlich. Auch nur zum Vorbestellen hier. Und nur 750 Stück von Billy. Oder weniger. Also hole ich beide. Am Anfang Oktober wird die versendet. Also bestellt die jetzt schon mal. Dann habt ihr euren Slot gesichert. Ich wollte nur gucken. Ich weiß nicht, dass die ein oder zwei Wochen schon ausverkauft sind. Ok, Wurschel, müsste ich in Sicherheit bringen. Komm her. Ich weiß, Wurschel, Leute. Ich habe sechs Monate nur in den Flüschel gearbeitet. Gönne ich das hier. Ich habe so viel Zeit in der Arbeit reingesteckt. Ok, Wurschel. Ähm... Wo versteck ich dich? Wurschel, komm einfach mit hier. Ah, ich hab mit. Ich hab eine Idee. Und mit, Wurschel? Weil ich weiß, ihr bezieht die... Ich hör zu. Ihr Wurschel, komm her. Ähm... Mal runter mit dir. Ränder. Ja, Wurschel, Vertrauen hier. Es wird alles gut, ok? Leute, was passiert hier? Deine Billi und Wurschel... Sind mit ein oder alles. Ich darf dich verlieren. Was war das? Da kam richtig was frei? Ein Teleport. Oh, Leute. Ich kenne nur einen, der teleportieren kann. Der das Ender-Auge hat. Von... Von den Endermen. Doch davor... Leute, Wurschel ist noch stärker. Wurschel lässt den Geist von der Dämonenmutter in sich. Und ich glaube, es bietet extreme Dämonenkraft. Werde ich deinen Feind auslöschen. Ich hab hier Schrei mit Wurschel in sich. Leute, ich verstehe, ich hab's ganz vergessen. Lasst einen Daumen hoch. Unbedingt für das geilste Knall der Welt. Ich fühle mich... ...extraordinär stark. Die Ära der Dämonen... ...hat begonnen. Mit deiner Vernichtung. Okay, Max. Oha! Er hat das Fusions-Auge. Er hat alle zwölf Ender-Auge. Aber ich hab jetzt mein eigenes Ender-Auge. Let's go. Ich hab meine Unuride-Rüstung. ...und der ein Apfel. Um ihn zu fliegen. Ohohoho! Ohohoho! One punch! Ohohohoho! Ohoho! Ohohoh! Pfff! Ohohoho! Pfff! symmetrical yourself! Ohohohoh! Ohohoho! 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 Ohohoho... Ohohoho! Ohohoho! Ich werde Frieden schaffen. Oh mein Gott. Es ist meine Bestimmung. Nur über meine Leidenschaft.